hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu ufc 2 ich habe richtig bock und unser angezockt geht weiter und mein gegner ist wieder der bruder alle onkel der spinning kick man und wir sind jetzt gerade im bantam gewicht ne bantam gewicht so heißt es ich wüsste jetzt nicht im kopf wie viel kilo das ist aber ich glaube das wird in dem spiel ja gut gezeigt ich glaube wenn man karriere macht also könnte ich mir vorstellen vielleicht dass das dabei steht mit mir schon was ich nehme sebastian speinsteiger schweinsteiger zwilling groß wahnsinn und ich nehme wieder schwarz ich habe mich jetzt daran gewöhnt ich hoffe dass sie dabei ist ja aber gucken wie die sich tun hier geben wir haben jetzt extra gemacht dass wir die höchsten nehmen 93 92 war jetzt das höchste da einfach weil die am meisten aktionen glaube ich haben und natürlich voll abgehen und wir machen ja genau ohne klinischen ganze zeug einfach aus dem grund weil naja ich glaube da bin ich ein bisschen schneller schon drin und das ist ich meine wir werden es auf jeden fall noch mal irgendwann machen klar wir müssen gerne auch in die kommentare wie es gerne handelt oder wie es gerne wir ufc fights gerne sieht weil wir den klinken ich weiß nicht da kommt morgen nicht so richtig klar also wie auch wenn wir mal beim steam also wenn wir mal live stream machen und dann kommen wieder mit verkehrt rum controller und so zocken ich glaube das wird bei dem game echt übel okay dann schauen wir mal meiner schon flink hat schon mal wieder ich habe wieder capoeira moves ja wenn du dann k.o. bist sag ich dir bescheid aber ich habe gerade keinen oh du hast den auch draus komische moves hier sehen die sehen ja echt ein bisschen lustig aus okay spartaner move hier das ist sparta aber sparta um boden bringt nichts da das ist sparta das ist mein ring mhm der gefällt mir auch dieser form mhm hab ich auch gerade gedacht mhm hat nicht viel gefehlt für den ausknocken boah blitzschneller angriffe hat der junge gut gemacht ja ne hier will auch keiner zurückstecken ich würde gerne ich würde ich gerne mal wissen was die jungs hier so noch so haben ach guck den kann ich auch boah jetzt habe ich die auch erwischt ich habe ihn erwischt aber wie boah was für ein kick zum kopf mhm glaube ich auch boah wie eine wand mhm meiner macht hier auch echt die komische Ferengi Aktion schöner kick zum kopf ja schön heftig boah sauberer head kick uff ta ta kommt mir das nur so vor oder hat meiner für seine körperstruktur einen ziemlich großen kopf ja der schweinsteiger kopf da ist viel drin ne boah der ging voll zum ja ich habe aber das gefühl dass meine moves sind zwar nett aber die sind nicht gerade so fördernd der head kick kommt wieder durch und jetzt wollen das beide wissen na bitte na bitte da kommt er wieder oh er ist wieder benommen ich würde gerne lieber so einen salto kick machen ah ja der onkel und ich wir zerzappeln uns hier wir sind aber man merkt schon liebe freunde wir sind hier sehr sehr viel mit den füßen dran ist gar nicht mehr so dass wir jetzt viel mit den händen sowas lust haben wahnsinn starke rechte sind doch da echt ein bisschen oh er hat ihn wieder erwischt unfassbar ich würde gerne ach so ich bin benommen oh schöner kick zum kopf oh gute rechte oh na ich habe dich erwischt irgendwie wahnsinn was für ein head kick oh 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 nach dem treffer ist er wieder angeschlagen was für kicks schöne kombination jo 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 ah der elbungs dappi wieder hier da hast du ihn ja schöner treffen komm mir tut der arm irgendwie weh oh 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 das auge ist inzwischen ziemlich zugeschwollen da könnte definitiv was gebrochen sein oh der roundhouse kick schlägt ein ja ja der roundhouse kick erwischt ihn am kopf boah oh starker block gegen diesen kniestoß zum kopf oh gut gemacht schöner block und dann ein starker uppercut oh jetzt ist er wieder angeschlagen ich glaube die runde geht an dich ja die runde ging an dich aber du siehst auch nicht grad mehr gut aus ich wollte ich hab den ordentlich aber ja gut ich seh noch ein bisschen besser aus ich hab zwar auch schon beulen ach man zieht das immer zu kurz ich würd gerne so und der war über boah wenn da nicht die wirbelsäule rausgehen knockt ne ja der war auch gut hier schönen ellbogen ja die kämpfer die gönnen sich nix die beiden und das war der drittgrad der scoogel in dieser runde war die entscheidung mehr als einmal absolut greifbar ja manchmal möchte man nicht in der haut von den gegnern stecken mhm oder onkel nö pretty you ready ab in runde 2 boah fängt schon gut an ja okay gut bleibe aber nicht hoch Oh, der kick landet am Kopf. Oh, der Schlag hat gesetzt. Oh, heftige Rechte. Ja, ja. Ja, der Schlag geht daneben. Wow, starker Kick zum Kopf. Da hat er wieder mit Glück. Ja, ich hab... Wenn du triffst, dann ist das können und wenn ich das sage, ja, ich hab Glück. Nein, das ist hier, dass der Dad gesagt hat, dass der Glück... Ich hatte Glück, dass der... Dann hör doch mal auf, das zu kommentieren, was der sagt, weil das ist Schwachsinn, weil ich wusste nicht. Ja, ich finde das lustig, das Klima seit 10. Boah, der Kick-Coupé. Ja, du wirst das wahrscheinlich auch haben, ne? Die Kommentator und die Kugel, das ist kommentiert, weil es schwachsinnig ist. Ja, ja, da... Boah, du hörst das ja nicht. Der Kick-Fotzer-Kopp. Könner Superman-Punch. Ha, ha, guter Kick, aber ein noch besserer Block. Oh, man, das ist wieder müde. Jetzt kommen beide wieder auf die Beine. Ja, der Kick-Coupé hat das genau ankommen. Boah! Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ach, was für eine Füßenschlägerei. Oh, shit. Oh, shit. So ein harter Wirkungstreffer. Kräftiger Kick zum Kopf, den hat er gespürt. Jetzt ist er schon ganz schön geturmelt. Ja. Oh, oh, er hat ihn wieder erwischt. Unfassbar. Ein starker Kick. Gut gemacht. Oh, oh, oh. Boah, ich finde das halt von übelsten Verrenkungen. Oh, ja. Tolle Kicks. Oh, die Verrenkungen. Oh, ein starker Kick. Oh, der ging voll zum Kopf. Ein gefalteter Kick zum Kopf. Oh, oh, oh. Ja. Oh, oh, oh. Der war schön, ja. Da muss sogar der Onkel lachen. Bei dem Haken hat leider die Präzision gefehlt. Wow, perfekter Kick zum Kopf. Hm, diese Frontkicks sind echt gut. Aha. Oh. Er ist hingefallen. Jetzt geht es wieder in den Stand. Finde ich cool, realistisch irgendwie, dass die dann meinen, wenn ich den Move abbreche, dass du dann auch mal hinfällst. Der Cut auf seiner Wange blutet wie... Oh, er ist angeschlagen. Oh, schöner Kick zum Kopf. Oh, schöner Haken. Oh, der Kick landet am Top. Jetzt holen sie alles aus sich raus. Ich will nicht hoffen, dass das ein Kick zum Kopf war. Der kommt nicht an. Schöne Rechte. Schöne Angriffserie. Geh weg. Oh, Mann, das ist schon da müde. Ausdauer bitte. Oh. Oh, und so unpräzise. Kein Problem. Boah, als das... Meine Hände waren nicht so gut wie dein Elbow. Oh, jetzt ist er wieder... Oh. Puh, jetzt muss ich aufpassen. Boah, man kann aber auch nicht viel Quatsch nicht hören. Das ist Wahnsinn. Ne. Das ist sauber. Boah, guck dir dein Gesicht an. Ich hab den Schweinsteiger verschweint, ey. Verspart, ey. Boah. Aber der eine Move war geil, ey. Wo du den Move gemacht hast und du bist genau... Ich glaub, war das schon der hier? Ja, ne? Ja. Wo du so nach hinten geboren hast. Boah, das war episch. Boah. Hast mir aber auch ordentlich... Du musst dich aushalten, Alter. Das ist der Wahnsinn. Ja. Du hast mir aber auch ordentlich heute... Boah. ...in die Fresse getreten, ey. So, der war auch gut, ey. Puh. Mein lieber Mann. Mein lieben Bräune, das ist echt knall auf knall. Ja, sorry, wenn wir nicht ganz so viel. Das ist echt... Man muss sich hier echt konzentrieren. Und, ähm... Aber man gibt... Ich gebe es natürlich das Beste. So ein bisschen Quatschen ist es auf jeden Fall. Aber wenn man auch gewinnen will, dann muss man sich echt ein bisschen... Ja. Nenn ich's denn mal. Konzentrieren. Gerade gegen Onkel hier. Guckt euch mal meine Anzeige an. Ich hab kaum eine Ausdauer. Oh, oh. Meiner, der macht immer so lange. Ich kann die Deckung nicht mehr hoch. Mein Gott, hat der jetzt mal auf hier? Was? Na, der kann doch. Boah. Die Runde geht bis jetzt an dich. Muss ich erstmal wieder meinen Comeback finden hier. Oh, oh, oh. Oh, der ging voll zum Kopf. Oh, diese Prellung am Oberkörper sieht gar nicht gut aus. Boah, stark gemacht. Schöner Kick zum Kopf. Der war knapp. Starker Versuch mit dem Kick. Hier will keiner zurückstecken. Ja, schön. Beinchen weggeschrubbelt. Beinchen wieder auf den Beinen. Boah. Schöner Roundhouse-Kick, aber daneben. Ja. Oh, gute Abwehr. Das war kein schlechter Kick. Au. Er trifft mit der Linken. Hm, das sag ich dir aber. Ich spüre für mich, dass dir was wehgetan hat. Boah. Scheiß Superman-Punch, ey. Und seine größere Reichweite auch effektiv zu nutzen. Wow, schöner Kick zum Kopf. Ich hab da einen... Ah, scheiße. Guter Kick. Da ist der Treffer. Ich wollte es gerade sagen. Ich hab da einen Move abgewehrt, aber da war nichts. Schöner Superman-Punch, aber er geht daneben. Uiuiui. Was für ein Headkick. Was für großartige Kicks. Oh, scheiße. Oh, meine Leber ist zermatscht. Wow, perfekter Kick zum Kopf. Und der ging voll zum Kopf. Ja, ich hoffe doch. Oh, der Superman-Punch schlägt rein. Oh, schöner Kick zum Kopf. Oh, schön. Guter Kick, voll auf den Körper. Wir sind jetzt bei Halbzeit dieses Kampfes. Ja. Boah. Boah, die tun sich nix, die beiden, ey. Oh. Ja, und er schafft es. Er schafft es erneut, wieder hochzukommen. Ja, gelongener Headkick. Und wieder so ein... Ja. Oh, schau, die waren schon zum, sei. Ja, ja, kommt auch dies noch wieder hoch. Oh, oh, er hat... Oh, er hat ihn wieder erwischt. Unfassbar. Oh, er ist... Oh. Ist es Ende? Ja. Oh, Onkel wieder ausgenockt jetzt. Das gibt es doch gerade. Immer wenn ich so gut bin. Oh, die letzten drei Tritte ins Gesicht waren zu viel. Ja, guck dir das an. Boah, wie das Blut wegspritzt, ey. Boah. Oh, schön das Ding. Ja, eins schaffen wir auf jeden Fall, noch ein Kampf. Für den Part jetzt. Herrlich. Ja, dann geht er wieder 45 Minuten, der Part. Ja, egal. Sucht der eine Gewichtsklasse aus? Ja, schöner Kampf. Kann man nix sagen. Boah. Die haben den mal eben zusammengetackert. Ich will mal kurz gucken, wie ich aussehe. Na, es geht eigentlich. Ich lade dich schon wieder ein. Was ist das mit dir? Ach so. Okay, ja, ich bin noch in dem Modus drin hier zum angucken. Hast du mich schon eingeladen? Ja. Tatsächlich. Ups, da war es gerade beitreten. Na klar, ich komme. Ehrlich? Hast du schon was ausgesucht? Ich bin gespannt, was wir nehmen. Ich würde mal wieder gerne so einen Techniker nehmen, ey. Die die ganze Zeit so... Ah, Weltergewicht, okay. Nehmen wir auch wieder ziemlich hoch, ne? Du hast einen 93er, okay. Ich nehme jetzt einfach mal... Auch wenn es jetzt hier nicht rumguckt, da waren 92er. Ich nehme jetzt einfach mal den. Den hier. McDonald's, Hazel Farm. Hier, hier, ho. Und dann wieder schwarz. Schwarz bringt mir Glück. Ihr merkt's. Auch wieder auf K.O., oder? Ja, auf jeden Fall. Gefällt mir am besten. Die Submission ist geil, aber geht zu schnell. Also da, wenn ich da drin bin und du kommst nicht raus, zwei Schläge, dann ist meistens schon der Kampf vorbei, das ist langweilig. So, mit diesen Lucky Punch Super Kicks, so wie grad. Dang, dang. Das ist viel geiler, wenn er mal ein K.O. hat. Ach, das ist doch der Kampf am Anfang. Die zwei. Echt? Okay. Oh, ich bin ein bisschen größer. Drei Zentimeter und hab ein bisschen mehr Reichweite, das ist gut. Hm, na gut, Onkel. Dann wünsche ich dir viel Spaß gegen... Hey, McDonald's, Hazel Farm. Ja, jo. Auf geht's. Okay, was haben wir denn so für Kicks? Oh, oh. Ui, guck mal. Mal wieder was Neues hier. Oh, krieg ich schon an auf die Nuss. Hallo, McDonald's. Reißt die mal zusammen. Ja. Ah, das ist ein geiler Kick hier. Ich muss ja noch erstmal antesten, was der alles so hat hier. Boah. Ach, meiner hat keine Ausdauer, deswegen latscht der so rum. Also, der macht so einen Frontkick. Na, der ist scheint ein bisschen nicht ganz so agil zu sein wie deiner. Ja, der ist ziemlich langsam. Naja, muss ich mir das mal zu Nutzen machen. Boah. 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 Oh, voll auf den Körper. Was für ein Kick. Oh ja, das war eine gewaltige Rechte. Alter. Mhm. Der hat echt lange Lulatsch, Arme. Starker Arme. Ein brutaler... Bin ich ein Boxer oder sowas? Boah, was für Angriffe. Was für Kicks. Oh, der Superman-Punch schlägt rein. Nein, Superman-Punch haben die alle. Ah, okay. Müsste so ein Street Fighter sein. Weil ich ja auch hier so... Na, ich muss jetzt mal gucken, was ich so kann. Ja, guter Hacken! Ja, den Kick hab ich noch nicht so ganz verstanden hier. Ja, den, den hab ich jetzt hier noch nicht so. Okay, da macht er nur so einen Sprung. Boah! Boah. Boah! Boah! Boah. Boah. Boah! Ich würde gerne mal treffen mit so einem Kick hier. Ich glaube, meiner ist mehr so ein Boxer, weißt du was? Ich merke nämlich, dass meine Boxschläge effektiver sind, als meine Supertrittige. Oh Gott, was ein Kämpfer. Ist K.O., oder? Boah, ich kann nichts machen. Ja, ist Ende. Ich habe jetzt einfach nur ein paar Mal drei gedrückt, das hat doch nicht mal aufgehört. Ja, der ist... Das finde ich ein bisschen komisch, weil das Spiel sich die Schläge speichert. Wenn du dreimal drückst und hältst dann los, der macht gerade einen langsamen Punch, dann haut er trotzdem noch zweimal zu. Jetzt habe ich dich niedergeboxt und habe doch irgendwie in dem Kampf noch, in dem Schlag noch zweimal drei gedrückt und habe dich noch dann niedergeboxt. Also ich glaube, ich vermute ganz stark, lad mir einfach nochmal, ich vermute ganz stark, dass das ein Boxer war. Der hat irgendwie mit der dritte nicht so wirklich Erfolg gehabt. Also... Lad mich doch mal ein, wir sind schon über 20 Minuten, lieber Freund. Ja, gut. Dann machen wir keinen, oder? Den letzten längeren. Wie du magst. Ne, wir machen jetzt den Schluss. Okay. Passt. Ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Du bist, glaube ich, dran. Achso. Ja, liebe Freunde, das war's mit dem Angezockt. Aber ihr werdet das Spiel auf jeden Fall bei uns nochmal sehen in Stream, Livestreams. Und mal gucken, was wir noch so für Sachen machen werden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, so einen kleinen Einblick. Und es ist auf jeden Fall ein richtig geiles Game. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Eure Warno und Onkel. Ciao. Tschüss.